In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie ich mithilfe der Funktion Spotlight Video in einer Zoom-Konferenz die Sprecheransicht so verändern kann, dass nicht nur eine Person für alle sichtbar ist, sondern bis zu neun. Wir haben ja in Zoom zwei verschiedene Ansichten. Wir haben die Galerieansicht und die Sprecheransicht. Die Galerieansicht, da werden alle Personen in gleich großen Kallen dargestellt. Am Computer 25 bis 49, je nach Computerleistung. An mobilen Geräten sind es entsprechend weniger, so wie hinter mir auch dargestellt. Über die Funktion Ansicht kann jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin in einer Videokonferenz auswählen, ob diese Galerieansicht gewünscht ist oder die Sprecheransicht, wo der aktuelle Sprecher oder die aktuelle Sprecherin angezeigt wird. Wenn ich jetzt die Situation habe wie in einer Podiumsdiskussion oder in einem Fischbruch, wo ich bestimmte Leute auf einer Bühne habe und ich möchte, dass alle in der Videokonferenz nur diese Personen sehe, dann habe ich die Möglichkeit, das Spotlight-Video einzusetzen. Das heißt, ich suche mir entweder über die Videos die Personen aus und klicke dann rechts oben auf diese drei Punkte oder ich suche mir die Personen in der TeilnehmerInnen-Liste aus, klicke dann rechts auf Mehr und wähle dann die Funktion Fokussieren für jedermann in der macOS-Variante und Spotlight für jedermann in der Windows-Variante. Und so kann ich jetzt einzelne Personen, wie gesagt bis zu neun Stück, für die Gesamtgruppe fokussieren. Ich klicke auf die nächste Person, auf Mehr und wähle Spotlight-Video hinzufügen. Beziehungsweise wenn ich Personen entfernen möchte, kann ich auch auf die Videos draufklicken und sagen Spotlight-Videos entfernen. Voraussetzung für diese Spotlight-Videos ist natürlich, dass die Personen entsprechend ihre Videokamera aktiviert haben. Hinter mir sind jetzt die Kameras aktiviert, allerdings mit einem Papier abgedeckt, weil die stehen ja vor mir und dann würde man mich nur aus unterschiedlichen Perspektiven auch betrachten. Ich finde, diese Funktion ist total sinnvoll, gerade in Veranstaltungen, wo wir eine Aufmerksamkeit generieren und eine Aufmerksamkeit auch lenken wollen als Administrator oder als Veranstalter. Die Funktion mit den Spotlight-Videos, die steht dem Host sowie auch den Co-Moderatoren zur Verfügung, sodass man sich auch diese Rolle der Moderation und der Bildregie durchaus auch aufteilen kann. In diesem Sinne wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß beim Ausprobieren. Schreibt doch mal in die Kommentare, für was ihr das genutzt habt, ob ihr es schon genutzt habt, wie sinnvoll ihr so ein Feature erachtet. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.